meine lieben werden freunde von trackmania 2 canyon heute geht es wieder los mit einer neuen aufnahme hier und an meiner seite habe ich den kino moin moin ja wie wenn heute wieder ein bisschen trackmania 2 canyon action haben spiel macht einfach bock war ja im letzten mal haben wir habt ja schön kommentare geschrieben wird mehr haben jetzt bekommt ihr auch mehr das kommt es nicht so richtig geplant ist es nicht im upload plan aber es kommt mal irgendwann mal wenn man kein video kommt immer zwischendurch wenn ich wirklich in der woche also einmal haben wollt dann schreibt es in die kommentare machen wir das für euch die zeit haben wir dafür also eine halbe stunde partner in der woche rauszauern ist ja nicht schlimm du hast ja auch bestimmt zeit dafür sicher aber immer am abend der erst wo fahre ich denke ich hin ich weiß es mal wo ich dann mal gps angucken ich bin mir voll ins wasser geflogen ich guck mir lieber das gps an wait for gps an ne rückwärts fahren auch voll schlechter start schon von dem gps doch wie der fährt fahr ich ja sogar besser der fährt auf jeden fall mit tastatur das sieht man was sind diese blauen striche dahinter das ist das eine das sind nur so feile das sind so striche ach ja da muss man lang natürlich ja da bis dahin war ich auch schon wo ich gerade bin ich dachte man muss langfahren oder so so muss man fahren so muss man fahren wie geil er die dings nimmt er hier runter also als test davor ok das ende hat aber ein bisschen schad genommen dass das ende ist einmal an sich ist geil die ist wirklich geil ok ok jetzt gehts los hier richtig fullspeed ach du scheiße hohohohoho alter die geht ja richtig ab ey gut die geht ab die map die ging mal los ich hab meinen schönen wagen hier ist wieder deutschland wagen drin wir brauchen mich auch konzentrieren dabei weil die heat richtig ab die map ja Du spielst mit Controller oder? Natürlich. Ja, ich kriege einen Disconnect. Geil, Mann. Wirklich? Ja. Das ist bei mir normal. Okay, dann kommen wir schnell raus. Bestes Internet for life. Da steht immer, ich müsste irgendwas an der Firewall ändern. Die Firewall kannst du einfach ausstellen. Oh, wie viel war das denn? Ich hasse es bei diesen Loopings, dass das Auto nicht gerade bleibt. Jetzt bin ich auf den Very Short gejoint, weil der bei dir noch Very Short stand. Was ist das Scheiße? Jetzt müssen wir es aber wieder suchen. Na, wo ist er? Da. Full Speed. Was? Vollkommen falsch. Hängt er nicht drauf, oder was? Warte doch jetzt. Was? Ach du Kacke, ey. Ich fahre einen Rotz hier zusammen. Auf dem Berlin Map wird es schwer. Allein ist ja eine Teil schon, der am Anfang, ne? Der geht eigentlich, ja. Diese Schräge da. Der geht eigentlich, da habe ich keine Probleme mit. Das fähle ich dir nochmal. Wenn man das ziemlich komisch anfahren muss. Also, da fähle ich auf jeden Fall nicht. Die ist nicht schwer. Bis jetzt ist alles super. Jetzt. Ach, Slime möchte ich eigentlich nicht. Aber egal. Sieht schön aus. Haha. Na ja, schön ist was anderes, ne? Sieht geil aus, finde ich. Jetzt kommt der nächste an. Oh, ich bin ja am hohen. So, ok. Jetzt bin ich hier. Ach, der Loop, ey. Das leide ich auch gern mal. What the fuck? What the fuck? Ich bin im Ziel. Man sieht das gar nicht. Ich auch. Alter. Ist das geil? Du bist vor mir. Na klärchen. Nicht viel, aber du bist immerhin vor mir. Boah, sie ist geil, die Map. Die gefällt mir. Gefällt mir. Gefällt mir. Gefällt mir. Ich habe den Start verkackt bei meinem Versuch. Heiser. Go, go. Geht eigentlich bei mir. Läuft bei dir, ne? Läuft. Oder er rennt schon. Sollte du die restarten? Das ist mir vollkommen egal. Die ist geil. Die würde ich gerne restarten. Vielleicht haben wir auch noch ein. Ja. F5. Ja, aber ich schaffe nichts mehr. Schaffst du noch was? Ich bin aber auch noch schon ein Runder. Kannst du mir zugucken? Ja, hatte ich gerade vor. Ja, den habe ich verkackt, den Loop. Oh, oh. Dann kommt der außer Kontrolle. Es geht. Out of control. Oh, oh. Jetzt liegt am Ende noch. Pass auf. Pass auf. Ja, vor dir. Ja. Vor dir. Eine Sekunde vor dir. Obwohl du so scheiße gefahren bist. Was hast du denn für eine Farsch? Ich bin viel geiler gefahren. Alter, ich habe an zwei Stellen aber fast die Kontrolle verloren. Ja, habe es gesehen. Der Loop ist aber auch schon tricky. Ja, der ist schon tricky gemacht. Schon richtig turkey. 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 Und dann sehen wir, wer es nochmal, ja, ne? Ja, klar. Ja. Geil. Boom. Geil. Aber bin ich auf Platz 4 nur? Wäre mich doch vom Thron runtergestoßen. Jetzt hole ich dich aber ein, pass auf. Oder war ich nur Vierter? Schön ein paar Punkte absahen. 310 immerhin. 414. Auf dem einen, auf dem World Shop, wo wir gerade eben waren, da war ein Afrikaner. Der ist irgendwie Platz 5 oder so. Hallo in Afrika, wer fährt denn da bitte? Die, die sich was leisten können. Also ich glaube, eher im Süden, so Südafrika glaube ich. Oh, die gleiche Map nochmal. Ja. Und diesmal schlage ich dich. Meine persönliche Bestzeit ist deine 57 696. Schön. Und deine? 58. Schön. 847. Na, du bist vor mir. Warst du am Fahren gerade oder was? Ja. Du leckst gerade rum. So wie immer, ne? Die anderen lenken bei mir aber auch, also du bist nicht. Das ist nicht normal. Das ist nicht normal. Das ist nicht normal. Vollkommen normal. Boah, das ist aber scheiße gerade genommen. Boah, der ist einfach voll geil bei mir. Boah, der kriegt. Boah, ich bin voll gegen die Wende gekracht. Aha, du Noob. Hallo. Ich habe aber den einen Schein davon am Ende gekrackt. Geil. Spielst du mit Controller? Oder? Natürlich. Ich bin mit Tastatur. Kann ich gar nicht. Ich schon. Ich brauche nur die File-Taste und die Steuerung links. Damals waren wir mit Tastatur, ja. Da war das normal. Boah, was ist deine Killerzeit, ey. Bist du gefahren? 56,9,2,7. Bist du ein bisschen langsamer als, äh, bisschen schneller als meine persönliche Bestzeit. Die Zeit ist trotzdem kacke. Ach, sehr ruhig. Habe ich auch nicht mal 1 CP. Hallo? Mit 600 Slides erstmal da rum, ey. Boah, das sieht so geil aus, wenn das Auto da wegfliegt, ey. Piu. Boah, komm, guck dir meine Zeit an. Puh. 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 Was hast du denn von der Zeit? Eine Minute. Puh. Puh. Das ist echt, das ist schon schlecht. Hat mich gerade einer mit 5.000 so geschlagen, Alter. Der hätte eine Punkt 992, ich hätte eine Punkt 927. Ach, du bist aber eine 56 gefahren. Okay, du bist aber noch mal eine Sekunde schneller als ich. Habe ich doch gesagt 56. Ich dachte, ich hätte ja auch eine, aber nein, das stimmt schon mal nicht. Ich lüge schon wieder. Boah, das gleiche eine Einstelle ist tatsächlich so hart weg, ey. Mann ey, was ist das denn scheiße. Eine Stelle kann man richtig schnell nehmen, ne? 24. 2. Wenn man unten in diesen schrägen fährt, kann man richtig schnell fahren. Das war geil. Muss ich nochmal konzentrieren. Da kann man schnell fahren. Okay. Mein Spiel ist gerade langsam unterwegs. Oh nein, da habe ich einen Fahrer gefahren. Also super. Mein Spiel ist gerade langsam. Super. Also so ein Slow, weißt du. Aber das kenne ich. Warum? Jetzt ist es wieder normal. Habe ich nur gehabt, weil ich früher was hochgeladen habe. Ne, habe ich. Tue ich gerade aber nicht. Normaler Bug. Bug Mania, ne? Bug Mania. Das kann man doch nicht mehr sagen. Boah, Kontrolle verloren. Boah, über eine Sekunde schneller. Und dann wieder Slime. Nein. Du wirst nicht Slime. Slime immer an der selben Stelle. Alter. Gleich ein schön Gulasch, ey. Gulasch. 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 Kann ich dir auch nur sagen. Danke. Bitte. Aber zweimal reicht die Map. Ja. Macht echt Bock auf jeden Fall. So, einmal hier rüber. was machst du auch schön genommen was mache ich fahre ich fahre also das geht ja gar nicht der junge darf nicht fahren das war geil viel speed ich noch drauf habe vorher ging den fall gegen geflogenen ziel ja bin ich aber auch ich bin eine sekunde langsamer als du ja normal ne die musik wird aufholen 46 57 mein johu ich verkack mal den looping angeblich da bin ich irgendwie zu langsam oder so was geht eigentlich bei mir ich kann eine runde fahren ich nicht das ist du doch fährst das ist bei mir viel schneller aus und viel geiler sehr ruhig zweit das ist verkehrt du bist verkehrt ich habe 56 heilig und voll dienst Gilder also halte ich stein schnauze wo stunden sie verstand Döner ne ist nicht besser geworden egal ah wieder warst du schneller wie punkte bekomme ich 0 boah 469 die da oben sind aber schlecht nur 0 punkte ich habe fast 790 punkte ich glaube kanin kommt besser an als valley oder valley steht ja auch aus bei valley sind es kaum leute und das ist kraft aber türkiner 2 stadium sind noch ein paar spiele ich aber nicht das spiel wenn von euch leute zu kennen haben meldet euch bei mir oder schreibt es in die kommentare dann könnt ihr mit mir zocken beziehungsweise einfach mit aufnehmen wenn ihr wollt weil die spiele machen echt bock ich kann doch mal dieses intro video an richtige rpg map man möchte schon sehen so let's go dass ich das schon sehe ich sehe das ist schon direkt so eine rpg map wo lang es ist doch eine rpg map man stehen da waren da ist doch wirklich eine rpg map ach du scheiße was das für dich full speed never das mache ich denn hier am start ich fahr die map erstmal einmal solltest du vielleicht auch mal machen ja mache ich ja auch er kommt nicht mehr durch den start weg oder was ich weiß mal über die slides geile der diskonnect und so er was ist das sind die kacken wieso bist du bei mir auf dis auf offline du hurensohn du bist einer hö 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 wir haben wir noch bilden ich war durchs behindert du kriegst keinen dünner zum mittag doch mit so leee wo der stammt er ist schon behindert hallo 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 wo geht's lang da ich bin so schlecht ich bin so schlecht ich bin so schlecht ich bin so schlecht wieso krieg ich jetzt wieder ein diskonnect meino ich kann auf dem besseres internet geht nicht was der alter wo bin ich denn gelandet alter du hast mir gerade zu oder was rastet ja voll aus alter äh 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 nein nicht in die pampa nicht in die pampa nicht in die pampa sache genau da wäre ich hin sache nichts in die pampa hier bam zweiter mit 36 sekunden rückstand bap oh jetzt will ich solo spielen YOLO 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 Modus äh den YOLO Modus ey ich schwör ich voll den keine Scheife ey ah endlich mal perfekt hinbekommen zum Start Papa in dir läuft das ist keine full speed map ne da hat man merkt ja jetzt aber früh ey nein nein das war so gut und dann immer dieses Mädchen getue ey hallo lass mir nur transe du nö bäh nö doch nö wirklich ok oh der hat die Map schon fertig gelandet ja hammer geil ey oh ich klei mir jetzt hier oben fest ey rotzgame geiii ja richtig du hallo hallo kannst du ja nö 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 ne ich bin Andreas ach du bist Andreas ja ich bin Andreas geil geil ich bin so richtiger Peter ey boah mein geiler Sprung alter der hätt sie dann sehen müssen sowas will ich nicht sehen den musst du sehen sowas sollen nur die Omis im Altershelm sehen boah So lange war der ja schon, ey. In einer Zeit gehörst du ja schon rein. Nein. Du bist ja schon 82. Von hinten. Iiiiiiii, das ist gay. Ja, das stimmt. Du bist wirklich gay. Nö. Was ist das denn für ein 1er Sprung, wo man da in diese Lücke fliegen muss? Das ist voll krank, ey. Das ist der letzte Sprung, ey. Der ist richtig... Richtig ajo-schal. Ajo-schal? Bisschen behinderter Schwach, ey. Hallo? Fürs, Junge. Wart ihr irgendwie ein Star, yo? Yeah, man! Wo ist denn... Wo muss man denn da hinspringen am Ende? So links da rauf, guck mal. Da oben drauf, oder was? Ja, genau. Da kommt man doch gar nicht hin, Alter. So viel speedert man gar nicht. Doch, klar. Ich bin da gerade hingekommen. Alter, wie du denn sehen? Was, also wenn ich mir sowas angucke? Hehehehe. Er versteht's jetzt erst. Also sowas guck ich mir nicht an. Ich bin doch live dabei, bitch. The Dark Angel. The Dark Angel? Oh, Disconnect. Geile Sache, Mann. Heute ist richtig Party hier. Was sind du heute da? Ich würde jetzt heute ist richtig Party hier im Haus, ey. Ich bin da. Das ist so geknallt. Gah. Also was denn? Ja, genau das. Alte Omis. Altersheim-Party, Mann. Oh Mann, ey. Sollte Altersheim-Party. Ich spüre das Richtige. Ach, du bist, ey. Bah, ey, was ist mit dir? Ich hab gar keine Zeit, ey. Ah, ich bin 0. von 19. Ich bin 5. Ja, hol dir was drauf weg. Los. Okay, fang an. 151 Punkte nur. Ist das schlecht. Ich bin in Potsdam 100 da. In Potsdam? Wo wohnst du denn? In Unternachseln. Unterachsels-Achseln. Also Unterhausen. Ach, Unterhausen. Unterhaching wohnst du. Wo wohnst du denn? In Farel. In Farel. Ach, kannst du mal ordentlich? Dann musst du nach Hamburg, oder? Nein, in Farel. In Ernst? Heißt der Ort Farel? Ja! Farsch mich doch. Den Ort heißt fahren, ey. Ich kann bei Google Maps gucken, ey. Den Ort gibt's. Wer lügt oder lügt er nicht? Ich lüge nicht, Mann. Ich komm so schnell am nächsten Tag vor meinem Haus zum Typ. Alter. Hallo, ich bin Tobi. Nein! Peter! Pisch dich! Okay. Ist das hier die vierte Map? Echt, das ist aber schön. Oh, ja. Bulli. Bulli! Das war's gerade zugegeben. Boah, fahrt da fein und so. Nein, fahr da mal rum. Oh Mistka. Fatma! Was? 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 Swag! I got swag. I got swag. I got swag. Down in the middle. I got swag. Und I got in the middle. Ernsthaft bist du da an diese Leute gefahren? Ich bin da irgendwo reingeflogen. Ich stand da in irgendeiner Ecke. Auf einmal kommt da so ein Typ an. Ich stehe da in so einer Säule. Auf einmal fällt er da richtig guterig in diese Säule. Ja, ich bin dagegen gefahren. Das war in so einer komischen Schriegkurve. Genau. Genau, das war ich gerade. Alter. Ich fahr da übelst gegen und flieg erst mal 10 Meter. Kranker Typ. Schia. 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 Oh, ich glaub das war fair, jeder lang zu fahren. Oh Mann. Ja, Mann, Alter. Ey, ich hab 36 Sekunden Rückstand. Geil. Brauchst du mir gerade zu? Nein, ich fahr selber. Nein, du kannst doch nichts. Versuchst doch erst gar nicht. Höhö, Poole. Mit dem Ziel. 1,28. Sogar schlechter als ich. Ich weiß. Godlike, Alter. Richtig Godlike. Ich weiß, ich bin ein Sau. Ich schäle. Oh, erster am CP. Erster am CP. Bin ich an ein paar CPs auch. Und dann kommt auch immer ein Zweiter. Am Zweiten bin ich auch ein Erster. Dann kommt ein zweiter CP, meine ich. Okay, jetzt bin ich in die Wand gefahren. Jetzt bin ich nur noch ein Dritter. Das ist einfach ein Noob. Merkst du das nicht? Ja, danke. Keiner mag dich. Mh, doch. Oh, 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 oh. Sonst haben die mich alle abonniert. Ja, hallo. Die wollen dir einfach nur mit Aufmerksamkeit schenken. Die sehen, ne? Das wird der Lappen. Der kann nix. Der braucht ein bisschen Klicks, ey. What the? Alter. Alter. Schon wieder in die Säule? Ja. Ich fahr immer in diese Säule. Ich kann diese Kurve nicht. Muss vom Gas gehen und den Rad einlenken. Hart. Hart. What must she say? Ich hab erst erstens ne Arbeit über den geschrieben. Über wen? Adi. Über wen? Adi. Wer ist Adi? Adolf. Was? Musstest du schreiben? Ja. Warum? Geschichtsarbeit. Oh. Also, er war... Er hat vielen Leuten ein Lächeln beigebracht. Nein. Oh. Ähm, ja, okay. Das geht zu weit. Aber nur mit Konzentration? Konzentration. Nein, jetzt vermissen wir Agila Merkel. Boah, Gott mein, was für ne Zeit, ey. 49, 52. Ich brauche nicht Killer, ey. Bin schlecht. Killer. Bist du bis in 59 gefahren? 49, 52. Bei mir müssen in... Oh, doch. Jetzt. PUN! Für immer noch 3 Sekunden zum Daddy Mania 1. Schleicht. Du bist schlecht. Find ich auch. An die Map gef... Das ist noch viel komisch. Mit gefällt mir. Gefällt mir, Alter. Pixcrusher. Nice name. GG. Nice name. Und ich hab sie gemeistert. Nein, doch nicht. Nein. Ich hab sie gemeistert. Sogar Fullspeater durchgeknallt, ey. Ja, ich auch fast. Fullspeater ein bisschen an der Ecke hingeblieben. Trotzdem bin ich 30 Sekunden schneller zu meiner Zeit. An der... Komm, 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 komm. Ich hab das Video so gespät wie... Äh... So... 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 Anspieler oder was. So, ich hab mein letzter Versuch. Der muss jetzt hinhauen. Alter, nein. Das ist der 47er gefahren. Der Barry. Der Barry wieder. Barry. Den Klatschturis. Der hat Klatschen gesagt. Nice. Komm. Komm. Sehr schön, Otto. Ich lebe dich. Haben wir die Säule gemeistert. Bombe. Diese Rottsäule ist so scheiße. Jetzt kommt das Ende. Mal gucken. Vielleicht hier noch ein bisschen minus. Ist auch eng. Pah! Noch minus 14, ey. Nein! Nein! Alter, ich war vor deiner Zeit. Ich war vor deiner Zeit. Nee. Doch. Äh... Ich war dreißig hundertste... ähm... ...dreizehnte Vorsprung. Auf deiner Zeit. Und dann pflege ich da nicht... Und dann dachte ich, da kann man weiterfahren. Nein, warum so ne scheiß Kante? Ey. Oh, die war richtig gut. Boom! Äh... Können wir neu starten? Wo denn? Oh mein, jetzt hat der so geil geworden. Eine Möck noch, ne? Ja, hast recht. Da muss ich immer mit Futtern gehen. Und dann... Die... Die anderen... Trap Manier Teil nehmen wir ein andermal auf. Äh, wieso? Ich brauch doch nicht so lang. Nein, lass ein andermal aufnehmen. Äh... Nein, was? Heute ins Bett drin? Nein, ich wollte mit mir nicht aufnehmen. YOLO! Das Intro hab ich hier wieder drin, ne? Instant Replay. Besten Name for life. Riesiger Driften, das ist ja unglaublich. Oh, Schulz. Ich hab immer nächstes Mal Schulz gesagt. Schulz? Wie sie da... Ist geil gemacht, das Replay. Wall-right. Wall-right! Ist immer geil! Okay, es ist sehr geil gemacht. Bam! Pam-pam! Schön geiles Intro. Wie viele sind die auf dem Server? 21. Ich muss hier rum? Muss man hier am Start rumfahren? Nee! What the... Nee, wo geht's am Ende lang? Ich war schon ungefähr bei der Hälfte der Map wahrscheinlich. Neehooo! Bumm! Wir müssen bis bis die Hellwelt einfach nur geradeaus fahren! Oh je. Skill Series. Oh, komm algum! Dude! What you say? Ka文! What the fuck say... We must from there hochspringen, Alter! Kennst du das Lied? Ja Wie findest du es? Scheiße! Ich auch Da kommt man gar nicht hoch den Einsprung ey Das ist ja übertrieben Oh Alter bin ich voll eingehängt Kann ich sein nochmal hoch? Nein ich glaube ich kann nicht nochmal hoch Schade war so schön Dann kommt er gar nicht hoch den Sprung ne Den einen übertriebenen Bombensprung Ach doch hab's geschafft Das sind ganz viele Bomben Ganz ruhig Bomben am Sack Bombenhagel und Angelika Was Bombenhagel und Angelika? Ja oh Alter was das für ein Ende Was? Wie soll man da hochkommen ey? Ich hab das Ende verkackt willst du mich trollen Da muss man irgendwo hochfliegen Am Ende? Nein Ja äh davor vorm Ende Äh so da war ich nicht Ach so ich bin so schlecht Ja das stimmt da musst du dir immer recht geben Das ist immer diese Selbstinsicht ey Ja wer glaubt denn immer die Tür gegen BAM Was BAM Aufs Maul Der macht die Tür drauf Entschuldigung Der hat was geklappt Der hat was geklappt Der ist verrückt in seinem Kopf Der ist verrückt in seinem Kopf Das war ja auch eng Ey wie soll ich da hochkommen Das schafft man Du darfst die eine Kugel davon nicht sliden Also die zweite da darf man sliden Oh ok dann darf man den nicht sliden Gut Die eine darf man sliden Die erste Kugel schon aber die zweite Gut Oh Darf man das nicht sliden Ich versuch's mal ohne slide Also ich hab's wieder geschafft Da hoch Cool Geil ne Jetzt bin ich voll boss like Nein Nein Ich kann da aber Ich kann da ohne slide nicht lang Das Ende ist voll turkey man Ich fails again oder was Ich fails again Bist du mit C schon gewonnen? Na klar was Ja Aber das war scheiße die Zeit Ja sie ich Sie ich? Sie ich Sie ich Ich schon sie sie ich Ich schie alles Ich Sie 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 Digga Like Sie 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 Oh Die Skiller Ja ich bin oben Nein Hast du die Kugel nicht gekriegt? Das ist ein richtiger Loob Ich hab's schon die Kugel bekommen Ich bin da irgendwo gegen geflogen Dann bin ich fast irgendwie mit mit irgendwie luck hochgekommen Das ist ein richtiger Loob Weißt du das? Danke Sagt der Anke Zu Angelika Zwerkel Du bist Angelika Zu Angelika Zwerkel Zwerkel Es riecht voll nicht irgendwas mit Gulasch da unten bei uns Nein es riecht irgendwas mit Nudeln Ja Mann ich bin hoch Ich bin da oben Hier rechts rein Soll ich hab nicht weit gesehen? Ja Mann Ja Mann Das Ende ist voll tricky Mann Ich bin da jedes Mal zu schnell Oh diesmal nicht diesmal nicht Doch ich bin wieder zu schnell Und Ziel Dammit Ich bin wieder zu schnell fürs Ende Ich bin ins Ziel gekommen Ja das Ende ist ein bisschen tricky Muss man da runter fliegen Muss man da runter fliegen Nein Und den Nap ist geil Nee eigentlich nicht so Oh ich hab hier so nen fette Bug bei der Einstelle da Oh das ist doch schlecht Das war richtig schlecht Ist ja hochgekommen Schade Ich guck dir mal zu wenn du noch mal Zeit bist Nö Oh das ist ja schlecht Red Boy Red Boy Red Boy Red Boy Red Boy Gibt's jemanden der fährt Ja ich Nee das war's GG Ich verpiss mich jetzt hier Hä? GG Geh Geh So Freunde das war's für die Aufnahmen die von Trap Mania 2 kennen Ich hoffe euch hat's wieder gefallen Wir sehen uns am nächsten Mal wieder Macht's gut Euch einen schönen Tag Ciao Ciao Ciao